Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr auf dem Schafott zu landen. Ich hoffe Liliana hat es geschafft hier durchzukommen. Sie ist ziemlich einfallsreich, Superin. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. Also bis jetzt ist es geil. Wir müssen ihn schließen, schnell. Es werden immer mehr, helft uns. Jetzt. Oh, ich muss ja wieder Agaté Noé machen. Ich würde sagen, weil ich ja meistens mit den Schwertern kämpfe, werde ich erstmal das mit den Schwertern ausbauen. Ja, das kenne ich doch. Ich weiß doch, dass ich mit x bestätigen muss. Ähm, wir nehmen erstmal das. Achso, das habe ich schon. Okay. Dann nehmen wir das. Tag, das ist glaube ich. Ja, das wäre alles klar. Wenn wir sehen, ob Schwertern entweder wir nehmen, oder es geht auf dem Schwertern. Ich kann mich nicht nur wieder. Ich kann mich nicht nur noch über die Zeit ausbauen. Und dann können wir den Schwertern mit den Schwertern herausfilmen. So hier haben wir das, das tue ich auf R1. Und das will ich auf, kann ich gar nicht auswählen oder was? Also das kann ich noch gar nicht machen. So, dann habe ich die 2, das habe ich die doppelt drin, Klasse. So, dann brauche ich erstmal neue Fähigkeitspunkte. Der Riss ist weg, öffnet das Tor. Sofort, Lady Cassandra. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Mhm. Ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justenia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Redet nicht über mich, als wäre ich nicht hier. Ihr solltet auch überhaupt nicht hier sein. Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel, das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Ich will eine Schlacht. Ich sage, wir greifen an. Ich werde nicht lange genug leben, um eurem Prozess beizuwohnen. Was auch immer geschieht, geschieht jetzt. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Ich bin schon wieder voll im Dragon Age Fever und voll drin. Sorry, wenn ich da nicht wirklich mit euch rede. Ich bin eigentlich momentan nur perplex vom Game und voll baff. Ach, da ist ein Riss. Den hole ich mir. Wie viele Risse gibt es eigentlich? Wir müssen ihn schließen, um weiterzukommen. Dann sollten wir uns vereilen. Ihr habt ihn ebenso geschlossen wie den Letzten. So langsam bekommt ihr Übung. Schauen wir mal, dass es bei dem Großen auch funktioniert. Lady Cassandra, ihr habt es geschafft, den Riss zu schließen. Gute Arbeit. Beglückwünscht nicht mich, Kommandant. Es war das Werk des Gefangenen. Tatsächlich? Nun, ich hoffe, Sie haben recht, was euch betrifft. Wir haben zahlreiche Leute verloren, um euch hierher zu bringen. Ja, in Ordnung, ich bin euer Reil. Nein, es ist egal, genau. Ihr werdet noch viele weitere verlieren, falls ich die Bresche nicht erreiche. In der Tat. Der Weg zum Tempel sollte frei sein. Liliana wird versuchen, dort zu euch zu stoßen. Dann sollten wir uns beeilen. Verschafft uns so viel Zeit wie möglich, Kommandant. Der Erbauer möge über euch wachen. Unser aller Willen. Der Tempel der heiligen Asche. Oder das, was von ihm übrig ist. Dies ist der Ort, an dem ihr aus dem Nichts getreten seid und von unseren Soldaten gefunden wurdet. Das ist der Ort. Mann. Und da, was gehen wir? Da, wie viel was denn seid? Was ist das? Ja, wie viele? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das... Was ist das? Was ist das? Ihr seid hier, dem Erbauer sein Dank. Liliana, lasst eure Männer um den Tempel herum Posten beziehen. Dies ist eure Chance, das alles zu beenden. Seid ihr bereit? Jo. Ich nehme an, ihr habt ja einen Plan, wie ihr mich da raufbringen wollt. Nein, dieser Riss war der erste und er ist der Schlüssel. Schließt ihn, dann können wir vielleicht auch die Bresche schließen. Dann lasst uns einen Weg nach unten suchen und seid vorsichtig. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Bringt mir das Opfer. Was ist das? Ich vermute, die Person, die die Bresche erschaffen hat. Dieses Zeug hier ist rotes Lyrium-Sucherin. Ich sehe es, Varric. Aber was macht es hier? Magie könnte sich des Lyriums unter dem Tempel bedient und es verderbt haben. Es ist böse. Was auch immer ihr tut, verrührt es nicht. Bringt das Opfer zum Schweigen. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Das ist die Stimme! Hilfe! Jemand muss mir helfen! Was geht hier vor? Das war eure Stimme. Und ihre Heiligkeit. Aber... Was geht hier vor? Flieht, solange ihr noch könnt! Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Tötet ihn sofort! Ihr wart dort! Wer waren die Angreifer? Und die Göttlichen? Ist die... War diese Vision die Wahrheit? Was sehen wir hier? Ich erinnere mich nicht. Echos dessen, was hier geschehen ist. Das Nichts sickert in diesen Ort hinein. Dieser Riss ist nicht versiegelt, sondern verschlossen. Vorüber geht. Ich glaube, mit dem Mal kann der Riss geöffnet und dann sicher versiegelt werden. Allerdings dürfte die Öffnung des Risses einige Aufmerksamkeit erregen. Das heißt Dämonen. Achtung! Okay, dann werde ich mal loslegen. Okay, dann werde ich mal loslegen. Oh, dich kenne ich doch. Wir müssen seine Verteidigung schwächen! Ich hoffe, ich kriege meinen Köter wieder aus. Äh, Assassin's... Ach, Quatsch, Assassin's Creed hier. Deswegen H2, da hat er einen Köter. Okay. Was ist er nun? Der Dämon ist verwundbar. Schlag zu! Wo ist er denn? Oh, mit der Kamera ist teilweise so ein bisschen doof. Weil ich immer mit dem Daumen auf dem rechten Analogstick drauf bin. Wo ist er denn? Ich verstehe, er kommt nach mir! Ich glaube, es läuft los. Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Das war's. 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 Das war's.